Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf den Kanälen LavaNet Entertainment und auf dem Kanal Seidenspinner. Und wir fahren ein interessantes Szenario, kann man sagen. Wir versuchen nämlich, äh, warte, moin. Wir versuchen zum dritten Mal, aber... Ja, wir versuchen, äh, ein, sozusagen, ein Multiplayer zu simulieren im Tee. Und zwar fahren wir um dieselbe Uhrzeit, äh, dieselbe Strecke entgegengesetzt. Wenn man Lok mal losfahren würde. Jetzt kann ich... Moment, ich könnte es daran... Parkbremse gelöst. Ich dachte, ich fahre die ganze Zeit mit Parkbremse. Aber ich fahre nicht. Ich fahre ohne Parkbremse. Ich hätte auch gemerkt, ich hätte gedacht, da kann ich gar nicht losfahren. Oder wie so ein Auto für die, äh, Handbremse mitschleifen. Ist mir nicht passiert. Nein. Also, nicht lange. Als ich ein Autofahren gelernt habe, so eine Zeit mal kurz ist das... Man merkt das relativ schnell. Also, dass man nicht... Also, ich hab dir die Vorlage gezogen, ob es nicht ganz gut macht, weißt du? Ja, ja. Äh, mit dem Kram, um den... Das kümmere ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Genau. Vorhin war der Versuch, äh, 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 Francesco wollte, äh, Sicherheits-Dings fahren. Und, äh, das muss man ein bisschen fortfahren trainieren. Ich meine, ich bin auch nicht der Profi, aber so. Wenn man da steht und weiß nicht, was er zu tun hat, passiert mir aber auch. Ich stehe manchmal auch und weiß nicht, was ich... Aber gut. Also fährt er heute ein bisschen entspannt, ohne die nervigen Sachen eines Zuges. Und zwar fahr ich ein, äh, Güterzug, wie ihr sicherlich sehen könnt. Was fahr ich, stell ich denn eigentlich dran? Sieht aus wie Stahl. Ist der Stahlwagen? Wende kurz. Und der Francesco fährt ein... Äh, ich fahr ein Regionalexpress, soweit ich weiß. Wir werden gleich sehen, wie oft du hältst. Ja. Auf jeden Fall fahr ich, hab der ja gesehen von... ...nach Hagen... ...der Francesco... ...meh, von Hagen nach Finnentrop. Mal gucken, wie das so wird. Das ist so... ...Pilotprojekt mal wieder. Eine... ...der... ...einer von Ideen, die man einfach mal umsetzen will. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wir wollen versuchen natürlich, uns an der Stelle zu treffen, wo wir im Spiel sich treffen würden. Dafür muss ich aber nicht 70 fahren, wenn ich 100 fahren darf. Meine Fresse. Wenn ich schon 100 fahren darf... Oh, komm mal, Güterzug, Kollege. Ach nee, das ist der Lockzug. Wir haben ja vorhin schon mal angefahren. Da merkt man, die Züge sind gleiche. Es kam nämlich wieder ein Lockzug. Das ist schon mal gut. Der Kollege... ...schafft einige 185er... ...nach Finnentrop, oder war... ...das kann nicht wie lange die Strecke ganz dauert. Ich bin ja schon... ...ähm... ...da allerdings mit ein paar Zwischenheiten. Das heißt... ...ähm... ...40 Minuten, oder was? Ich werde vermutlich auch ein bisschen schneller fett. Ja... Was ich halt schade finde, dass man halt nicht einstellen kann, dass da oben halt doch irgendwie das Bild anzeige ist, oder? Ich hab's einfach noch nicht gefunden. Das kannst du nicht einstellen? Äh... Ja, die kannst du einstellen. Bist du im Wagen? Ja... Ich kann mir sagen, wie? Rechts... ...dieses... ...macht du, wenn du hier stehst. Oder willst du... Ne, du hast ja gar keine Sicherheit. Siehst du diese... ...dieses... ...diesen Bildschirm rechts? Äh... Hast du das gesehen? Ich hab recht ein Bildschirm. Weißt du, wo ist die Beine? Bitte? Du meinst, wenn man beim Kopf... Da hast du ein kleiner Bildschirm, so schmal. Und da sind so Tasten... ...irgendwelche Nummern, glaub ich, und da runter sind so ganz unten... ...zwei Tasten Pfeile. Oh... ...ja gut, jetzt bin ich... ...jetzt bin ich hier in die 70er Zone reingefahren, weil ich sie erklärt hab. Äh... Scheiße. Da hab ich nicht aufgepasst. Ähm... Äh... Niesmal bin ich, glaub ich, derjenige, der viel zu spät ankommt. Ach, ich hab's... Aber dafür hast du es rausgefunden. Ah, jetzt... ...jetzt darf ich erst die Steuerung übernehmen. Lull. What the fuck? Jetzt bin ich... Das ist mir im ersten Versuch... ...das ist mir im ersten Versuch nicht verstanden passiert. Da bin ich hier nicht... ...hab ich hier nicht geschafft. So. Oh Gott, ne Moment, hab ich überhaupt die Türen zugemacht? Ja, hab ich. Meine Scheiße. Du kannst nicht mit offenen Türen losfahren. Ah, dann fahren wir mal los. Eieiei. Also, irgendwie wurde das jetzt automatisch eingestellt. Irgendwie durfte ich... Jetzt den Zug erst übernehme. Bei den anderen Malen... ...hab ich's eigentlich gar nicht machen müssen. Also, hab ich nicht irgendwie die Info bekommen. Von wegen, wollen wir den Zug übernehme aber nicht. Irgendwie merkwollig alles hier. Ich brauche gerade ein bisschen, ich stehe... ...um meine... ...bremse... ...bremse... ...löse dich. Ich muss mich nicht lösen. Probieren wir trotzdem loszufahren. Ne. Jetzt machen wir was klar. Jetzt stehe ich hier drauf rum. Warte mal. Ah, das kann nicht wahr sein. Warte. Warum löst sich denn die Bremse nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Projektidee... ...äh... ...jetzt, jetzt, 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 alles gut. Das sind jetzt ein paar Minuten, die jetzt, dazwischen kommen, aber... ...lösen wir... ...so, die Brand lösen, wie folgt... ...dann los. Damit muss ich jetzt los anfangen zu... ...so... ...jetzt geht's los. Das ist halt ein Güterzug, der braucht halt ein bisschen Kraft. Ja. Ich bin glaube, ich will noch... ...alle Sachen irgendwie eingestellt habe, die man hätte einstellen können... ...in den Einstellungen von wegen. Hast du denn den... ...den...den...den...den...den...dass... ...mit der Dings hat funktioniert, ne? Was? Bei was? Mit der ZZA. Zum Beispiel. Ja, das wurde jetzt gerade eben automatisch gemacht, weil ich jetzt dieses Mal... ...bei diesem Versuch durfte, ich nämlich den Zug übernehmen. Also... Okay. Ja. I don't know. Aber du bist jetzt schon unterwegs, ne? Ich bin jetzt unterwegs. Ähm... ...zwar relativ gemütlich und langsam. Ich könnte langsam mal ein bisschen... ...beschleunigen auf die... ...hundert... ...hier mit der Stunde. Ja. Versuch, einen Schreck der Schwindigkeit anzuhalten. Äh... Ich versuche nämlich, möglichst gemütlich jetzt gerade zu fahren... ...um es halt... ...dennoch einigermaßen realistisch... Ja, versuch mal, dass wir uns... ...dass wir auch an... ... derselbe Stelle... Einfach, um es einigermaßen realistisch zu haben und ähm... ...ja... Ja, fahr nicht zu schnell, aber fahr doch die Geschwindigkeit aus. Ja, das ist das sowieso. Also, ich werde jetzt gleich die bald erreichen und äh... ...dann muss ich eben nochmal kurz ein bisschen warten, bis ich in 120 fahren darf. Aber ich bekomme endlich mal wieder Punkte, da ich ja jetzt ein neues Profil machen musste. Ja, ich weiß nicht warum. Bei mir haben die vorvaterte Profil tatsächlich... Ja, ich hab auch keine Ahnung. Vor allem, ich hab mich ja auch... ...ich war ja auch irgendwie hier... ...ich hab mich ja registriert und immer angemeldet gehabt. Also, ich hatte ja irgendwie... ...ähm... ...von Dovetail selbst oder von Steam, dass das halt irgendwie gesaved wurde, aber... ...keine Ahnung. Ist egal. Ja. Ist halt wie es ist. Da schalten wir noch ein bisschen Leistung auf hier. 37 Kilometer habe ich noch bis zum Ziel, was sagt deine? Ja. Ich hab irgendwie jetzt... ...ich hab noch 12 Kilometer zum ersten Bahnhof. Ja, du hältst aber auch nur dreimal. Das ist geil. Was ich auch schade finde, dass ich halt hier kein... ...was man halt... ...weil den Monitoren, dass man da halt keinen Farbsang hat. Dass man weiß, okay, ich halte da und da. Weißt du... ...weißt du... ...was... ...das geilste, wenn... ...was... ...was... ...dem Bahnhof begegnen... ...dann haben wir nur ein bisschen einen kleinen... ...puppen. Dann sieht's realistisch aus. Weil dann kannst du ja stehen. Das liegt ja nicht, ob du jetzt stehst. Ja. Ja. Also 3 Minuten Zeit. Aber sowas... ...so... ...so ein Multiplayer oder wenn man... ...so ein... ...so ein... ...so ein Ding wäre, wie... ...wie das bei... ...Dings ist auch... ...wie man es auch bei Dings machen kann, bei... ...ach wie heißt das... ...bei... ...Farming Simulator, dass man halt quasi eine Art... ...ja... ...lobby macht, wo man halt... ...dass jemand halt Passwortgeschütz machen könnte. Das wäre schon nice und... ...ich meine ist ja eigentlich auch bestimmt... ...ein... ...relativ simpel zu machen, aber ich glaube es wird nie kommen. Also werden wir nie erleben. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei Flight Simulator irgendwie ein Multiplayer integriert ist. Weit... ...dings... ...MSX ist das ja... ...ne Moment... ...das mein Zug echt schwer ist. ...das ist echt interessant, wie der anfährt. Was fährst du denn überhaupt? Äh... ...ich weiß... ...das sieht aus wie so Stahlwagen... ...Eisenwagen. Okay. Ich kann es so genau sagen, hätte ich gesagt. Ich fahre auch gerade viel zu langsam. Warum fahre ich nur 40? Ich darf doch... ...witzig auf jeden Fall. 80. Wieso bin ich jetzt, weil ich 70 gefahren bin oder was? Ah, ja. Das ist aber auch nervig, dass du, wenn du 71 schon fährst, direkt gezwangsbremst wirst. Ich hasse Systeme manchmal. Ja. Okay. Was ich aber auch interessant finde, dass im Gegensatz zu... ...TSW... ...das jetzt bei TSW 2020... ...das scheinbar nicht mehr irgendwie so ein... ...globales... ...AP-System gibt, sondern halt nur so ein... ...Szenarien-AP... ...also dieser... ...diese Punkt, die man hat. ...Strecken-AP. Genau. Ich stehe übrigens wieder... ...also... ...nicht ganz so erfolgreich, wie ich heute fahre. Ich bin halt auf... ...ein, ich glaube, ich bin 70 gefahren... ...70 hat halt geblunken... ...geblunken. Ist das ein deutsches Wort? ...geblinkt? Und... ...geblinkt? Auf jeden Fall, es hat aufgeleuchtet... ...auf und abgeleuchtet... ...äh... ...und hat dann... ...hat... ...ich bin, glaube ich, 70 gefahren... ...und das hat dann natürlich ungern... ...schauen wir mal... ...ja, jetzt geht's wieder weiter... ...aber es ist... ...immer wieder interessant, wie ich das Lok brauche, um mitzufahren. Was kommt mir jetzt da entgegen? Da kommt mir ein... ...Person zu entgegen. Okay. Welchen Bahnhof bist du? Ich bin... ...noch 8,5 Kilometer von Ledmate entfernt. Also das werde ich garantiert nicht schaffen in... ...aufwohl... ...weil ich nicht... ...schaffe ich 8 Kilometer innerhalb von... ...6 Minuten mit anhalten? Ich bezweifle es. Ja, das könnte man schaffen. Ja gut, wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...fährst ja 120 oder was fährst du? Ja, ich fahr jetzt mittlerweile 110, weil ich... ...nicht drauf geachtet habe, wie ich endlich fahr. Ich glaube, wir werden uns niemals an derselben Stelle... ...mal gucken. Ah, wir werden sehen. Also ich finde eine 185 gut, das ist die... ...die 185 mit so... Okay. So. Aber TSW würde sich so gut für Multiplayer an... Ja. Ah, das ist nur mit dem... ...laufen und... Kann man eigentlich... Kann man sich eigentlich... ...ne, glaube ich nicht. Es gibt ja kein World Editor. Ich glaube, man kann sich ja nicht, wie bei... ...Trend Simulator, keine eigenen Szenarien überlegen. Man kann sich noch gar nichts, weil das halt... ...das ist halt noch so... ...Dufftail hält das halt so irgendwie... ...wollen halt nicht, dass da andere Entwickler rankommen... ...was sehr schwachsinnig ist, weil das die Überlebenschancen des Spiels nicht erhöht. Viele Train Simulator Spieler gehen nicht auf TSW, weil sie jetzt sagen... ...ich will die Szenarien fahren, die Leute haben. Ich meine, dieser... ...Gings-Modus hier... ...guck mal, da kommt mir was entgegen. Frag mal, Modus. Steu... ...Steuerwagen. Das könntest du gewissen sein. Pfff, weiß ich nicht. Also... ...fahren wir jetzt eigentlich entgegengesetzt? Ich bin noch 33 Kilometer... ...ja, wir fahren nicht gegengesetzt. ...33 Kilometer habe ich noch bis da. Bis zum Ziel. Ja, ich hab noch... ...äh... ...ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, das war noch die AirB. Ich glaube nicht, dass du da schon gewissen bist. Das war einfach auch sehr stark. Ich meine, ich... ...ich muss noch ganz... ...kommt jetzt ein Bahnhof. Welcher ist das? Alter, das ist zu schnell. Meine Augen können das nicht erfassen. Welcher Bahnhof ist denn das hier? Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Hä? Über der... ...ich fahr... ...ich fahr 119 und bekomm nur 15 AP... ...weil ich über der Höchstgeschwindigkeit fahr. Okay. Äh... ...ja, ist irgendwie... ...irgendwie... ...also irgendwie habe ich das Gefühl, dass... ...da noch jede Menge Patches kommen müssen... ...damit das halt einigermaßen akkurat ist. Kann ich nicht auf der Map? Gibt's nicht auch eine Map? Gibt's nicht auch eine Map? Ja, musst du allerdings... ...längst nur mehr oder weniger Pause... Nee, musst du nicht. Nicht? Da ist auch so drin. Aber es steht kein Bahnhofsname dabei. Schön. Ja, bringt mir sehr viel. Ich hab' irgendwas von 100 gelesen, deswegen... Also da fuhr grad einer mit Steuerwagen voran. Weil ich glaube, die fahren generell an die Richtung Steuerwagen voran. Das würde jetzt ein bisschen da gehen. Was haben wir jetzt hier für den Bahnhof? Das ist okay, das ist... ...also zu schnell ist schon untertrieben. Also das ist ja... Wie groß war das? Ich hab' keine Ahnung, ich... Ich konnte dich erkennen. Ich muss rund auf 90... Ich bin auf alle vier drei Kilometer vor Lädenmarsche. Ja, Lädenmarsche. Aber so viel Verspätung hattest du jetzt auch nicht, oder? Hast du viel Verspätung? Keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, ob man jetzt irgendwie hier in... ...in 16 Minuten die komplette... ...die erste halbe Strecke schon durch hat, ne? Also wie groß die Strecke jetzt ist. Ne, das wäre komisch. Ich bin jetzt bei 18 Minuten... ...äh, warum bist du bei 16 Minuten? Ach, weil ich verste... Ja, du hast angefangen aufzubringen. Genau, genau. Ja, verstanden. Du hast ja noch angefangen, wo du am Reinladen warst... ...und ich hab dann quasi direkt dann angefangen, als du angefangen hast... ...zu begrüßen. Hm, ich bin ja auch der... ...den einzige Let's Player, der noch über zwei Programme... ...wo man das über OBS mit Lavande alles einstellen kann, dass er auch eine Extra-Tonspar abspeichert. Das weiß ich alles. Kann, kann sicherer sein, aber... ...ja, da darf man nicht vergessen zu exportieren. Aber zu speichern. Man darf vor allen Dingen nicht vergessen, die Folge zu sch... ...äh, äh, äh, äh. Es tut mir zum Glück nie, dass ich den Anfang drin lasse. Mit... ...3, 2, 1, go! ...und dreimal Heule an des Szenarios. Äh, jetzt darf ich wieder 100? Ich bin jetzt... Ich hab mir immer eigentlich gedacht, eigentlich ist es schade, dass... ...failaufnahmen, alle Löcher. Warte, das wäre mittlerweile sehr viel, aber... ...das ist, äh, so das beste Zusammenschnitt mit meinem besten Aufregler... ...wenn ich manchmal weiß nicht was. So ein... ...so ein Jahres-Best-Of machen, oder was? Ja. 1.000 Abonnenten. Okay, dann wird ein bisschen entfernt. Erstmal 5 Stunden ein Video davon. So 900 könnte ich es fast machen. Ich bin jetzt kurz vor 900. Dann könnte ich so ein Beispiel machen. Mal gucken, ob ich was für 900 Abonnenten... ...wollte eigentlich, weil ich weiß nicht, ob ich Zeit finde. Am meisten ist grad wichtiger, dass... Du musst ja erstmal Transportführer durchmachen. Folge 100. Wie bitte? Du musst ja Folge 100 von Transportführer erstmal so richtig fertig machen. Ja... Wenn... Wenn man mal... ...wenn man mal davon so betrachtet, was... ...was gemacht werden muss, was schon... ...was... ...so gesehen Priorität hätte. Oh Gott, ich sollte... Ja, das sei... Warum darf ich denn jetzt hier wieder 100 fahren? Plötzlich würde ich einen Kilometer vom Bahnhof und denke mir so, okay... Ja... Irgendwas läuft hier falsch. So... Stehst du jetzt in Litmate? Ne... 500 Meter habe ich noch. Kannst du mir mal... Kannst du mir ja gleich mal beschreiben, wie der Band... Ähm... Ich habe... ...rechts von mir... ...habe ich... ...Güterwagons... Ähm... ...ich habe schon mal vergessen... ...was heißt denn Kessel... ...ne... ...kesselwagen nicht... Äh... ...dorgens wo Pakete und sowas reinkommen können, ne? Vielleicht sagt dir das was... Aber du meinst nicht... ...du meinst die gedeckten Wagen... ...also mit dieser Plane... Ähm... ...hier... ...so ganz... ...berg an der Seite... ...zwerge... ...übersicht man schnell mal... ...ist auf alle Fälle geparkt... ...ich habe noch keine Güterzug gesehen bisher... ...mhm... ...oh... ...hier... ...das war doch jetzt... ...warum kriegst du schon wieder eine Zwangse... ...ich habe doch alles bestätigt... ...habe ich schon wieder ein Signal eigentlich bestätigt... ...heute ist echt nicht meine Folge... ...wirklich nicht... ...so... ...bremse lösen... ...das ist ja... ...das ist ja... ...prinzipiell gesehen meine auch nicht... ...aber das ist ja... ...ist ja... ...quasi nicht... ...ääh... ...ja... ...live... ...also... ...nö... ...das hab... ...das habt ihr nicht gesehen seit... ...aber gut... ...du fährst... ...ich fahrt seit zwei Jahren so... ...und baut trotzdem drei Zwangsnappen... ...was n bisschen peinlich ist... Okay, ich habe jetzt 15 Kilometer bis Verdol. Ziehst du? Nee, ich glaube nicht. Was tue ich? Ob die Zug zieht, meinte ich. Achso. Jetzt zieht er. Ja, ich glaube, ich habe da vorhin ein Signal überfahren, was ich bestätigt habe. Die 70 hat ja gesehen, ich habe die 70 gebremst. So, hier ist auch ein Bahnhof, weil der sieht nicht besonders groß aus. Ich muss mal bremsen, weil ich darf nicht schneller als 45 fett. Ich bin ja noch in der 1000 Hertz. Okay, das heißt, ich bin gerade umgelegen, habe ich jetzt ein RE oder habe ich ein RB erwischt? Ich habe ein regionaler ASP, ich habe mehr hier haben. Du musst ein RE haben, du musst bist du RE, hundertprozentig. Ja, ja. Hier ist die 70 nochmal angekündigt. Lieber dreimal bestätigen. Aber ist ja eh mein Motto. Was? 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 Also irgendwas stimmt mit meinem Zug nicht. Das kann nicht wahr sein. Das war jetzt... Ich habe das hundertprozentig bestätigt. Jetzt verstehe ich den Zug schon wieder nicht. Echt, warum kriege ich da eine Zwangse? Leute, erklärt es mir. Da war ich noch in der Überwachung. Bin ich über 40, ich habe die... Ich habe das Witz überlegen noch gelöst. Jetzt aber. Es regt mich gerade auf. Ich würde jetzt ausreden, dass wir es kurz vor 24. Selbst da sollte man besser fahren. Ich stehe jetzt gerade mehr als ich fahre. Das war das Richtige zum... So. Hast mich aber noch nicht gesehen vermutlich, oder? Es kann nicht sein, dass du... Du wirst mich bestimmt fünf Minuten früher treffen als... Realität ungefähr. Ich habe bisher noch... Keinen fahrenden Güterzug gesehen. Ich habe nur Waggons gesehen, die rechts standen. Oh, einzelne Loks. Aber ich vermute mal auch, dass ich erst nach Verdo sehen werde. Also... Ich hätte hier nicht diese Zwangse nicht gehabt. Hätten wir uns wirklich, glaube ich, empressen können. Das wäre zu genial gewesen. Aber gut. Aber gut, es geht gleich bergauf. Bremse ich jetzt oder bremse ich jetzt nicht? Ich bremse. Hey, dürfen wir nicht 90er warten, bis wir überbezugbar sind. Das war ein bisschen früh. Beschleunigt. Ich fahre gerade durch den langen Tunnel. Ich bin gerade auch im Tunnel rausgekommen, aber du wüsst mich ja... Ich vermute, dass du mich deutlich früher siehst. Also wenn einer von... Wenn ich einen Güterzug sehe, sage ich Bescheid, dann weißt du, dass der Nächste wahrscheinlich ich da bin. Wobei, es ist halt die Frage, ob ich dich eher sehe oder du mich eher siehst. Du bist pünktlich. Ich habe drei Zwangsen gehabt oder vier. Ich bin vier. Na gut, ja, schon. Ich hatte einen Denkfehler. Zehn Minuten noch. Okay, jetzt kommt mir ein Zug entgegen. Ist das ein Güterzug? Das ist ein Güterzug und der zieht genau die Ware, die ich nicht gesehen habe. Also wenn du... Also nicht Metalle. Nicht aus Metall. So mit... Die weiß sind. Sind die braun oder was sind die? Die sind braun gewesen. Dann bin ich das wahrscheinlich gewesen. Okay. Vermutlich. Also du... Der ist mir entgegengekommen halt in einem Wohngebiet. Wo 80 ist. Wohngebiet? Ja. Ich bin eigentlich, aber ich weiß es gerade nicht, wie weit ich bin. Bist du an so Schornstein schon vorbei? So großen? Äh... Da fahre ich nicht hoch. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Auf die Südste von der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe noch 21 Kilometer bis zum... Das könnte ein bisschen überhälfte. Das könnte sogar sein, dass es zu mir gibt. Jetzt kommt ein langer Tunnel. Jetzt kommt ein ganz, ganz langer Tunnel in der Kurve. Das heißt, wir haben uns vermutlich gerade gesehen. Ja, wahrscheinlich ja. Dann war das der Zeitpunkt. Ich fahre jetzt nämlich durch... Du bist ziemlich wahrscheinlich auch schon durch den ganzen langen Tunnel gefahren. Ja, ich... Ja, der war... Ja, ich denke mal, der war gerade... Und hatte dann eine Kurve? Der hatte eine Kurve. Ich gehe mal davon aus, dass es derselbe ist. Also... Ich meine, es gibt ja nur einen langen Tunnel und dann zwei, drei kleinere... So heißt, bin ich im 70er Gebiet. Ja, das ist das wohl... Da müsste ein Bahnhof gleich sein im 70er Gebiet. Okay, werde ich ja gleich sehen. Jetzt komme ich durch einen kleinen Tunnel. Wahrscheinlich. Ja, kleinen Tunnel. Ich sehe dich noch nicht gesehen, abwundert mich. Bin ich so weit hinter? Wahrscheinlich. Weil es mich ja eigentlich vor dem kleinen Tunnel dann sehen müssen. Ich habe dich noch nicht gesehen. 20 Kilometer noch. Jetzt kommt nochmal ein Tunnel mit Kurve. Ein verdammter Bahnhof. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, jetzt kommt ein Bahnhof. Ja, Bahnhof. Das war aber deutlich weiter, als ich das gedacht hätte. Jetzt kommt nochmal ein langer Tunnel, bekommt nochmal eine Kurve, ein langer Tunnel. Vielleicht mal das doch den. Ja, ich bin mir sicher, wir sind uns bei ja schon mal gegnert. Also schätze ich mal. Du bist mir noch nicht hingegen gekommen, das hätte ich gemerkt. Sicher? Also ich habe vorne den Triebwagen. Ach, den Triebwagen, den Steuerwagen. Ja, ganz vorne, aber das war viel zu früh. Also da kommst du, ich habe dich gesehen. Da bist du gewesen. Also war ich das vorhin. Hat ja sehr gut geklappt mit dem gleichzeitig abpassen. Aber es lag daran, dass ich heute bescheuert gefahren bin. Ja gut, aber eigentlich hätten wir uns ja... Eigentlich hätte ich... Also du warst ja langsamer. Das heißt, bei dir... Also ich hätte dich bei mir quasi jetzt da gesehen, wo ich dich gesehen habe. Und du hättest mich, weil du ja stehen geblieben bist, hättest mich ja viel früher sehen müssen. Also früher in dem Sinne vom Streckenabschnitt her, vom Strecken-Teil. Oder vielleicht sieht du mich auch noch, vielleicht komm ich ja noch. Ja, boah, das kann natürlich auch sein. Also ich bin gerade auch zu blöd, um die Logik zu verstehen. Leute, könnt ihr da schreiben, ob ihr richtig rumdenken. Ich bin jetzt, 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 jetzt bin ich verwirrt. Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Das sind Aufnahmen kurz vor Mitternacht. Qualitativ, immer. Oder exakt genau Mitternacht, weil jetzt ist es gerade 0 Uhr 0. Krass. Happy New Year. Ach nee, ist ja... Wir haben September. Noch nicht ganz genug. Jetzt, jetzt, jetzt ist es wie ein langer Tunnel, jetzt bin ich verwirrt. Das war doch der zweite, lange Tunnel. Ich glaube, das war der zweite. Dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich dich nach dem ersten langen Tunnel gesehen habe und du mich jetzt beim zweiten. Ich glaube, im ersten langen Tunnel ging. Ich glaube, kurz danach. Ich fahre jetzt durch ein Wohngebiet. Also mit so einem Fluss. Meinst du das, wo du mich begegnest? Ich meine, da ist ein Bahnübergang auf alle Fälle. Also einer, glaube ich nur. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, es gegenseitig zu finden. Ich sehe schon kommen so, nach dem Spiel gibt es dann doch mal so eine Analyse, wer hat wen wann wo gesehen, wer könnte wer gewesen sein. Da wird erstmal eine Videoanalyse übertrieben. Du hast ja bisher nur einen Güterzug gesehen, also kann ich das ja nur gewesen sein. Es fuhr, glaube ich, auch nur pro Stunde einen Güterzug. Also muss ich das ja gewesen sein. Ich habe mir vorhin nachgeguckt. Wir hatten doch gesagt, 14.10 fährt einer, 15.10 vor einer und 13.10 oder 13 Uhr oder so was. Das heißt, das muss ich gewesen sein. Ja, das wird wohl so gewesen sein, ne? Mhm. Ich habe noch 16 Kilometer, aber ich denke, dass ich mir trotzdem... Mal gucken, ob ich trotzdem stille, wenn ich bin als... Ich habe noch 4,6 Kilometer zumindest nach Verdol. Ich weiß nicht, ob nach Verdol direkt Siegen kommt oder nicht. Ne, du kannst noch mal eine ganz schöne Ecke. Wenn Verdol der Bahnhof ist, den ich vermute, das ist. Der nämlich, wo ich gucken wollte, wer es war und die so schnell meine Augen splurz sind. Ich bin zu blind dafür, was ich kennen wollte. Ich weiß nicht, ob das war. So, da kriege ich mal wieder 80. Wie gesagt, da wäre es halt wirklich... Also gut, beim Güterzug wäre dann eher wahrscheinlich sowas... Also beim planmäßigen Güterzug wäre dann halt so ein Zeitplan... Wäre dann ja eher sowas wie nach dem Motto auch, äh... Dann und dann solltest du über... Was weiß ich, äh... Keine Ahnung... Verdol, äh... Abzweig... Zwölf... Was weiß ich, oder zwölf A oder so fahren, das... Oh Gott, warum ist es so laut? Warum ist es so laut hier im Tunnel? Ich bin schon wieder im langen Tunnel mit einer Kurve. Ja, das... Ach, jetzt ist es... Jetzt ist es leichter geworden. Auf welcher Strecke fährst du doch mal? Ich darf, ich habe das Fall zu dir jetzt eh erwischt. Na gut, äh... Rapid Trends sein, mehr hast du ja nicht. Ja. Ach, ist das spannend hier. Oh, jetzt darf ich schneller fahren. Ich darf jetzt 100 fahren. Aber wenn es zwei kommen, dann darf ich nur 70 fahren. Hm, ach, ich gebe mir doch aus. Jetzt kommt der Übergang bei mir. Vielleicht habe ich das schon vorher übersehen, aber... Irgendwann kommt nichts an. Also, es ist einfacher herauszufinden, wann ich nicht gesehen habe. Scheiße, ich mal. Allerdings, glaube ich... Wir haben uns hundertprozentig da gesehen. Das war... Da habe ich keine Zweifel mehr dran. Ach, jetzt auf einmal. Äh, oh Gott. Moment, 1,2 Kilometer. Das wird jetzt hier angezeigt. Jetzt heißt es... Okay, das war die Vorabahntafel für 70. Ich denke, wenn man auf Zubremse 1a... Das finde ich 1a... Ist das so? Kommt noch ein Kurve. Oder ist das jetzt der dritte lange Kurve? Kommt es hin? Das kann sein. Ja, die sind tatsächlich alle 30 Tonnen. Immer so eine Kurve und dann geht es gerade aus. Geradeaus und dann so eine Kurve. Wie viele Punkte hast du bisher gekriegt? Wir können ja auch nur ein halbes Duell machen. Das ist kein lästiges... Ja, ich habe 3516. Du hast deutlich mehr als ich. Ich habe 2215. Aber du kriegst noch mehr Punkte durch das Anhalten. Eben, eben. Ich glaube, ich bekomme... Also können wir ja gleich... Also nachdem es abgeschlossen ist... Ich habe trotzdem ein höheres Level als du. Ja, danach können wir auch sehen, wofür es Punkte gab und so weiter. Also vom neuen Design her ist es ja schon... Also ich muss schon sagen... Das mit dem Sound... Mit der Soundkulisse... Ich muss hier anhalten! Also wenn man 1 TSV nicht vorfährt... Das ist hässlich. Ich finde das super. Immer noch. Weil das Spiel ist wunderschön. Aber es gibt halt keine Mod-Bestützung und... Ja, die Updates... Naja, manche... Aber die meisten sind super. So, steigen wir nochmal hier aus. Gucken, ob es ja irgendwas gibt zum Aufheben. Wenn wir schon mal hier sind. War jetzt aber nicht pünktlich losgefahren. Obwohl jetzt ist... Jetzt wird es auch pünktlich ankommen. Dass der Kollege, der weiter nach Siegen fährt, übernehmen kann. Ich fahr doch nach Siegen. Ne, du fährst nur bis Finnentrop, wollte ich sagen. Finnentrop fährst du? Ich fahr nach Siegen. Ne, du fährst nach Siegen? Ja. Ach, nach... Ja, du fährst nach Siegen. Ja, klar. Aber du fährst nur bis Finnentrop. Die Strecke geht ja nur bis Finnentrop. Äh, achso. Jetzt gibt es Hagen Siegen, gibt es nur richtig von Trasus. Schömmend, denkst du, ja. Klar, gibt es Sinn, ne? Total. Hagen Siegen ist auch so... Also, die Berge und die Bäume und so. Finde ich schöner als das Schaffenburg, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich hab 491 Punkte bekommen fürs Anhalten. Okay. So, jetzt, äh, nächster Halt, Plettenberg. Danach, der Plettenberg ist da vorne zu halten, glaube ich. Noch 12 Kilometer, da bin ich am Ziel. Ja, 8,4 Kilometer bin ich in Plettenberg. Also, ich werde hundertprozentig früher schenken. Ja, ja, ja. Ich fahr einen Güterzug. Das wäre ja wohl peinlich, wenn ich das nicht schaffe. Vor allem für Zwangsen, aber gut. Ja gut, ich hab ja prinzipiell gesehen auch Zwangsen gehabt, ne? Mit den, mit den Bahnhof-Stops. Wenn man es mal so betrachtet. Ja, aber die, das Spiel zählt ja rein. Das ist halt eh für dich, ne? Nee, der ist schlecht. Der ist halt einfach ein Delay drin. Der Sound müsste jetzt 1, 2, 3, 4, ein Delay von 4 bis 4,5 Sekunden ist da drin. Das ist halt schon viel zu viel. In meinen Ohren. Ja, kann sein. Ich fütze mich. Vielleicht ist so ein Verspruch. Ich kann das Ganze lauter hier auch drin bei mir. Boah, ist das laut. Nee, ich mach wieder zu. Dann versteht man dich, glaube ich, nicht mehr so gut, wenn ich jetzt Fenster runter mache. Mach, rede mal. Ähm, okay. Geht sogar noch, aber ich lasse es jetzt zu. Okay, es geht bergauf. Okay, okay, ich sollte jetzt... Okay, ja gut, passt. Ich muss ja erstmal rausgenommen werden. Irgendwie habe ich aber auch so ein paar Texturbeflackern. Und schön. Dann TSP auch sehr gut. Komm, wir lassen nochmal den Zug an. Können wir nicht... Ja, vorbeirauschen. Äh, 8. Liebe ist... Muss man mindestens einmal pro Dinges machen. Ja. Hab ich schon ein paar Mal gemacht jetzt. Ja, vornher. Das war die 8, ne? Ja. Sag mal, was mir gerade auffällt. Bin ich hier wieder ein Held oder bin ich hier wieder ein Held? Ich fahr doch ohne Licht, ne? Nee, fahr ich doch nicht. Ich dachte gerade, ich fahr nicht ohne Zugspitzensignal. Das heißt nicht Licht. Licht ist noch was anderes. Aber das fahr ich nicht, weil ich hätte mich auch gewundert, weil ich mich doch konzentriert habe. Weil normalerweise, wenn ich den Zug so stark gemacht habe, dann ist der voll aufgerüstet auch nicht. Oder ich hab's mir irgendwie mal ausweilen ausgestattet. Oh, das kann ja mal passieren. Also nicht dunkel, aber so ein bisschen die Sonne verschwindet hinter den Bergen. Finde ich interessant für 1459. Also bei mir, ich hab gerade eine Stelle erwischt, wo die Sonne halt noch über die Berghoppe rüberkommt. Aber die ist schon relativ tief, ne? Ich bin herz. Ah, das kann ich vielleicht auch anziehen, ne? Hm, ich könnte es. Bist du in Plettenberg? Ähm, nee, das sind drei Kilometern. Ich hab noch sieben. Das ist das Ziel. Das ist ca. 120 nochmal. Ist das ja immer eine Vmax, mittlere Zugart? Komm, wo war es so schön? Noch mal zwangsel? Oder was? Nee, nee, ich lass einfach eine Zugart mir vorbeirotten. Also. Also nicht so übertrieben lang, aber wenn man da überlegt, dass da, glaube ich, Stahl oder so drin ist, dann könnte auch schwer sein. War es jetzt eine Acht? Ist mal eine Acht. Da hinten ist der Bahnhof. Oh Gott. Francesco schmeißt auch die Omas zwischen. Ah, ist noch der halbe, der ist noch der halbe. Also es ist ein Zahm. Konntest du dich noch festhalten? Mit dem Rollator so an den Sitz gekreilt? Weiß ich nicht. Stock so. Das war auch ein bisschen zu euphorisch abgebremst. Ja, das hat mir geblieben. Ich hätte noch mehr als geblieben Wege gehabt. So. Oh, jetzt soll ich einmal mal... Oh Gott. Aber du stehst jetzt in Plattenberg, ne? Also ich bin fast vorbeigerauscht, aber ich stehe, ja. Ich musste da doch mal auf volle Mühe gehen. Also was heißt musste? Ich hab's getan. Äh, ich guck jetzt einfach mal. Äh, ich muss danach noch anfinden. Ja gut, ich muss danach noch kurz müssen fahren. Nochmal, äh, 10 Minuten. Nächster Bahnhof, nächster Bahnhof müsste aber den... Ja, nächster Bahnhof ist, ist Fynn drauf, ja. Ich hab mal gerade fix nachgeschaut. Wie viele Kilometer hast du noch gemacht? Ich hab keine Ahnung, ich stehe hier noch. Äh, hab ich's hinten auf der richtigen Seite ausgemacht? Äh, aufgemacht? Ja, hab ich. Äh. Da vorne muss ich gleich bremsen. Da ist eine Ausfahrt sozusagen. Also beziehungsweise der 40. Ich vermute, dass dann ein Gleiswechsel ist. Das wär's doch keine... Warum bestätige ich grüne Signale? Weil es spät ist. Frag nicht. Weil es... Ich hab's gerade sagen, weil es kannst. Äh, Genske mit noch mal mehr raus. Und auch in der Folge mit 4, äh, zwangssig bin ich paranoid. So. Aber der hält echt schön die Geschwindigkeit dazu. Ja, ich hab's gesehen. Nice, 500 AP. Jetzt muss man ja ein bisschen mehr in die Eisen gehen. Wie hieß es denn nochmal vorher? Uh, das, wo sie jetzt... Das ist jetzt... Weißt du, was der Vorteil ist? Nee. Güter beschweren sich nicht. Pff. Also gut. Also ich sag mal so. Sie könnten sich beschweren. Kommt auf die... Kommt auf die Güter an. Aber, äh, sie sagen nichts. Könnten die Güter nicht. Es könnte ein paar zerquetschende Bananen oder Pakete geben, aber... Ich hab Stahl, glaub ich. Also dann ist egal. Was hab ich, die Bremse auf ganzes weggezogen, ne? Das ist gelöst. Weil ich so, ich bin auf 20 runter. Ich bremse viel zu extrem. Das ist, muss so ein bisschen mehr das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht? Ja, zwischen Bremsen und... Achso. Ja. Wie stark ich die Bremse runterziehe, dass ich sie dann wieder pünkt lösen kann. So. Also hab ich mir jetzt keine 20 gekriegt. Bin zwar nur noch 30 gefahren. Keine 20. Man muss auch Prioritäten setzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, ich darf hier gleich noch 40. Sollte ich jetzt auch einhalten, sonst bretter ich die 40 wieder rein. Das war jetzt, das war jetzt schön. Bis auf der Blur-Effekt, der nicht weggeht, war das sehr, sehr schön. Ein Sonnenuntergang, oder was? Oder nicht Sonnenuntergang, aber dieser A. Ja, es ist, erstaunlicherweise, ich finde, die Sonne steht schon echt 15 Uhr. Es muss schon ein Spätherbst sein. Hm, kann sein, weiß nicht. Davon steht die Sonne doch nicht nur kurz vor 15 Uhr so tief. Keine Ah, vielleicht nehmen sie auch, vielleicht haben sie auch den Mittelwert quasi genommen, ne? Also, man weiß ja jetzt nicht, was sie jetzt da genommen haben, ne? Ob sie jetzt irgendwie sowieso so den, 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 äh, den, äh, den kürzesten oder den längsten Tag genommen haben. Ob sie den mitteligsten Namen, mitteligsten Namen, mitteligsten Tag genommen haben, meine Güte. Das ist jetzt mal eine Ausfahrt, ja. Naja, gut, ich fahre nur mal ein Stückchen weiter, direkt. Ich habe nur 8 Kilometer. Weil ich fahre jetzt hier gerade auf die Gütertrasse rüber. Ja, 70 fahre ich eh nicht. Keine Sorge, das brauchst du mir gar nicht für so ein Blinken. Jetzt habe ich eh nur 50 fahren. Jetzt 70 fahren. So, nochmal auf 100 und dann ins Buchmann, rechnen wir wieder auf 70. Jetzt darf ich hier nur die ganze Zeit juckeln. Naja, gut, ich fahre 30 statt 50, also ein bisschen schneller, könnte ich ja noch, aber schneller glaube ich gerade eh nicht. Das ist diese Güterrampe, die ist echt langsam. Mal einen Personenzug entgegen. Das war jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen überreifrig wieder gebremst, aber passt schon. Ich glaube, mein Puff bei meinen 50 kmh jetzt hier. Das könnte man wissen, da habe ich 50 in den Bann. Das ist nicht so wichtig. Ah, da vorne habe ich wieder 100. Das geht ab, ich wundere mich schon, ob ich die Geschwindigkeit aufbaue. Da gibt es Sinn. Jetzt wieder 80, gleich wieder 100. Okay. Wie lange da jetzt wieder 100 hier? Aber ich glaube, das lohnt sich schon noch. Vor allem über die Weiche darf ich 100. Und vorher fahre ich über so eine B-Kurve mit 50. Was war der Quatsch? 80 sind da vorne, aber auch 80 sind mehr als 50. Wichtigste Erkenntnis des Tages. Man muss auch mal, man muss sich... Man muss einfach die Wahl auch mal aussprechen können. Das ist komisch, dass an solchen Stellen, wie ich wohl jetzt gerade bin, nicht so extrem blöd. Ich liebe das, ich liebe TSW. Man kann es mir nichts anderes sagen, TSW sieht einfach geil aus. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn ich gerade so den Wagen an mir vorbei, die Sonne und... Warnung. Warnung, das sind 40, gleich wieder. Das ist aber wirklich Bahnhofseinfahrt. 3,2 Kilometer Feuer. Stell ich den Zug schön ab. Wie lange hast du noch? Ich habe noch 3,8 Kilometer. Das können knapp werden. Ich darf hier nämlich nur 80 jucken, aber du fährst auch nicht mehr als 8. Ich fahre nur 100. Also ich darf 100 fahren. Oh Gott. Was? Ich sagte gerade, weil du gesagt hast, ich dürfte 100 oder so. Hast du gesagt, ich fahre 100 oder ich dürfte 100? Ich fahre... Also ich könnte 100, ich fahre 95 gerade. Sag ja. Ne, 95 geht ja noch. Ich dachte, ich jucke jetzt wieder mit 70. Ne, 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 ne. Also ich würde diese Kurven eigentlich auch eher als 80er Kurven so bezeichnen, aber... Wenn 100 steht, darfst du 100 fahren. Wenn 100 steht, dann fahre ich 97. Genau so ist es. Wahre Worte, mein Freund. Wenn 97 sind mehr als 80 und weniger als 100. Keine Sorge, ich fahre weniger als 70. Ich lasse ihn jetzt hier den Berg hochrollen. Naja, ein bisschen bis wir schon noch. In 2,1 Kilometern muss ich runter auf 80, also... Ich fahre jetzt hier wirklich 1,8 Kilometer, 400 Meter noch, 40 kmh. Ich fahre jetzt hier das Gütergleis ab. Ich fahre dann wieder gleich da. 2 Kilometer noch. Ja, das ist schon entspannt, auch irgendwie... Du hast prinzipiell nichts eingestellt, du bist auf Leerlauf und fährst mit der Geschwindigkeit, die du gerade erreicht hattest. Äh, okay, 80. Ah, jetzt komm her. Jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich voll die Bremse angezogen. Stehe ich. Das war aber keine Zwangsinn, die Dummheit. Das war keine Zwangsinn, Leute. Das war wirklich keine Zwangsinn. Ich schwöre. Ich habe einfach nur zu stark gebremst. Das zählt mir öfter mal mit der Lok. So. Du meinst, die Lava-Nsche Brems-Methode? Ja, voll in die Eilen. Nicht zu verwechseln mit der Lava-Nsche Auffahrt-Methode. Ja, das ist das, das ist, das ist, nehmen den halben Rasen mit. Das Interessante ist, aber es ist beides viel zu schnell. Einmal viel zu schnell die Auffahrt-Methode. Oh Gott, 700 Meter, oh Gott, ich verachte, ich habe 500 Meter, muss ich halten. Okay, ich habe wieder zu euphorisch gebremst. 500 Meter, ganz ruhig. Dann treffen wir wirklich gleichzeitig. Gehen wir jetzt auf 2. Zugbremse 1b. Das sieht fast aus, als ob ich ein Gleis bin, aber bin ich nicht. Gehen wir auch Zugbremse 3. So. Ich stehe jetzt, bin jetzt auf mal Abstellgleis. Ich bin in 70 Metern da. Das ist genau fast. Also 1,1 Kilometer habe ich. Da habe ich jetzt hier nur mit 40 über das Absteck. Und ich stehe. Rechts entriegeln. Rechts entriegeln. Na gut, ich habe auch die Geschwindigkeit zum Teil mal überschritten. Ja, wenn ich eine Geschwindigkeit übertrete. Also in manchen Stellen passiert das mir auch. Na gut, ich sage mal, dass es plus minus werden wird, haben wir uns ja schon fast gedacht. Aber das ist der große Minusfaktor. Aber gut, stimmt. Wenn es so gesehen hätte, wären wir beide perfekt gefahren, dann wäre es so schneller gewesen. Vermutlich. Das auf jeden Fall. Also, ja klar, weil, weil, ja. Du fährst ja früher raus als, äh, ja. Du fährst ja nicht nach Hagen rein, aber du wärst ja nicht nach Hagen reingefahren und, äh. Ne, ich fahre aber deutlich länger raus. Also ich fahre, das ist länger, diese Güterstrick. Die ist echt noch lang. Okay. Wenn wir da hinten reingefahren sind, so fährst du halt die ganze Zeit nur 50 und 40 diese Güterausfahrt allein. Also das ist echt nicht schnell. Hier steht eine Einzellock. Cool. Wollt ihr auch fahren? Vermutlich eigentlich kannst du alle raus hier rufen. Aber es ist jedoch auch erfüllt. Okay, ich habe jetzt das Gesamt-Ergebnis-Nachbesprechung habe ich jetzt. Ich bin in 200 Metern da. Warte mal mit deiner Nachbesprechung, bis ich da bin. Dann können wir diesen... Ja, pfff. Ich versuche hier jetzt vernünftig nur runterzubremsen. Krass, da ist so eine Haltegenauigkeit drin. Nicht schlecht. So. Ich stehe auch. Zielvergabe erfüllt. Ich finde, ey, das ist aber eine neue Grafik. Ja, das ist ja auch. Das ist ja quasi eine Neuerung von der TSW 2020. Kannst du mal sehen, wann ich die Geschwindigkeit übertreten habe? Kaum. Obwohl hier war ich etwa viel zu schnell. Okay, wie oft hast du die Geschwindigkeit überschritten? Wo steht das? Na, kannst du ja sehen. Also wenn das Grün über das Rote rüber geht nach oben, dann... Ja, hier ganz bisschen. Eins, zwei, drei. Hier eine ganz schöne Strecke die ganze Zeit. Hier. Das war echt viel zu viel. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Mal. Cool. Aber nicht viel, ne? Immer so leicht, so maximal sechs Kilometer. Jetzt nach der Nachbesprechung... Merkstatisten gibt es ja gar nicht. Schade. Ne. Aber das Beste von der Haltegenauigkeit... Gut. Ledmar... Oh, doch. Ledmar hat jetzt einfach noch angehalten. Also das war 0,3 Meter. Aber Haltegenauigkeit habe ich 6,65 Kilometer auf dem letzten... Aber ich habe ja nur einmal gehalten. Ah. Hat insgesamt 7.970 Punkte gegeben und 61,6 Kilometer. Also 6,5. Ich habe weniger, ich habe ein... Was habe ich? Das Kilometer anzunehmen. Ne, 59,2. Passt. Benötigte Zeit 57,2,6 Minuten. Okay. Dann wollen wir weiter drücken, ne? 51,4, ja. Level 11. Was mir gerade auffällt. Verdammt. Nein. Leute. Diese Fahrt zählt nicht in meine Statistik rein. Ich bin mit meinem anderen Account gefahren. Egal. Ich wollte eigentlich alle auf einem Account haben, weißt du? Aber ich bin gerade mit meinem Jan-Account gefahren. Und ich habe eigentlich noch einen Lava nach... Naja, was geht. Läuft. Gibt Schlimmeres, ne? Das ist ja auch eine Spezialfolge mit Gast. Die zählt dann nicht ins Offizielle rein. Ach so, okay. Das war also alles geplant, ne? Wie immer. Wenn ich Fehler mache, ist es immer alles geplant. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf beiden Kanälen... Oder du kannst deinem Lava Tschüss sagen. Ich sag Tschüss. Alle Lava, deine Lava zu Strauern. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Und schaut mal am Kanal von seinen Sprechen an, wie ihr gesehen wollt. Ist verlinkt. Hab ich das nicht am Anfang schon gesagt? Na gut, nicht. Ich glaube auch mittendrin. Ne, oder? War das... Ne, im Moment. Kann das... Ne, ich glaube das... War das in dieser Folge oder war das in den Fail-Folgen? Ich kann auch in den Fail-Folgen gewesen sein. Also ich versuche irgendwann nochmal hier mit zusätzlich zu Sifa... Also Sifa könnte ich ja. Mit PCB... Sifa ist jetzt auch nicht die Schwierigkeit. Ja. Ich versuche mit PCB zu fahren. Wahrscheinlich werde ich das erst irgendwie hinbekommen. Vielleicht nutze ich da... Vielleicht nutze ich die Dings... Dinger da. Die... Die Academy von Schweinsimulator, um mich da ein bisschen reinzufuchsen. Ähm... Mal gucken. Vielleicht wird's aber vom Normalen her... Von den quasi... Von den Kampagnen-Szenarien... Ähm... Erst auf den nicht-deutschen Strecken was geben mit... Den anderen Systemen. Davon hab ich überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hoffe mal, die sind leichter. Ähm... Genug gequasselt. Die britischen Systeme sind voll... Jetzt wirklich genug gequasselt. Genug gequasselt. Tschüss. Hier liken und so weiter. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und... Ne? Tschüssi. Tschüss.